Wie es sich heute zeigt, ist sowohl die Überschätzung des LSD, jeder soll LSD nehmen, als auch die Verteufelung von LSD. Es ist etwas ganz Furchtbares und hat keine positiven Aspekte. Sowohl die Überschätzung als auch die Verteufelung haben sich relativiert. Im Moment Anzeichen für einen reglementierten Gebrauch. Es gibt ein Wissen darum, wie man die Substanz einsetzen kann, wie sie in medizinischen Nutzen kommen kann. Das ist alles erst in den Anfängen. Aber im Moment sieht es aus, als ob LSD ein Comeback als Medikament haben könnte. Das ist ein Wissen. Das ist ein Wissen.